Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch gerne die Funktionen von dem Minitool Partition Wizard näher bringen. Minitool ist eine sehr gute Softwarefirma, die schon diverse nice Applikationen auf den Markt gebracht hat. Und nun haben sie auch ein Partitionsmanager mit im Angebot. Erstmal zurück, was ist ein Partitionsmanager? Wie ihr seht, habe ich hier auf meinem Bildschirm aufgelistet Datenträger 1, Datenträger 2, Datenträger 3. So, was bedeutet das? Ein Windows-System in dem Fall arbeitet nur, wenn es auch Datenträger drin sind. Datenträger sind SSDs, HDDs, MicroSD-Karten, USB-Karten, also alles Mögliche, wo Daten drauf gespeichert werden können. Und euer Windows-System als Beispiel jetzt, funktioniert nur auf einem System, welches auch bootfähig ist. Okay? Das heißt, hier haben wir dann den Datenträger 1. Hier seht ihr, hier wird es nämlich ausgelesen, automatisch beim Start der Software. Das ist die Western Digital WDS 25 blablabla SSD-Karte, die ich verbaut habe. Dann haben wir unten Datenträger 3. Das ist ein Generic SD-MMC-Ship. Das heißt also, wir haben hier eine Mikro-SD-Karte oder ein USB-Träger am Start. Er ist auch entfernbar, wird auch aufgelistet. Und dann gibt es Partitionen da drauf. Es gibt immer eine Hauptpartition, wo das Betriebssystem drauf ist. Dieses ist die Systempartition. Das ist dieses Teil hier. Okay? Dieses obere Teil, sprich, das ist meine besagte Partition, wo ein EFI-System drauf ist. Und diese aktive Partition ist in meinem Fall das EFI-System. Das EFI-System ist der Nachfolger oder die Erweiterung vom normalen BIOS. Das heißt also, hier drüber geht die Schnittstelle in eurem Computer, was halt eine extra Partition beinhaltet, die dann die Operationen zwischen der Firmware, der Peripherie etc. und dem Betriebssystem eine Schnittstelle bindet. Das ist sozusagen also das Grundding. Das solltet ihr nicht löschen. Dann gibt es bei mir hier eine bootfähige Datenpartition. Darauf ist auch mein Windows installiert. Okay? Das ist Laufwerk C. Ihr seht hier C. Und dieses Laufwerk C wird bei mir auch dann in den Datenmanager angezeigt, wenn ich im Explorer unterwegs bin. Diese mit Sternchen kennzeichneten sind versteckte Partitionen, die nicht sichtbar sind. Werden aber sichtbar durch den Minitur Partition Wizard. Okay? Dann gibt es noch eine Wiederherstellungspartition. Das haben eigentlich heute auch so gut wie alle PCs, Laptops und so weiter und so fort. Warum? Weil wir keine CDs oder DVDs oder Blu-rays mehr als Datenspeicher als unserem Betriebssystem bekommen, sondern das Betriebssystem ist dann auf einer separaten Partition. Da sind wir wieder bei Partition angekommen. Das heißt, dieses Ding sollten wir auch nicht löschen. Und wir können dem zufolge auch selber noch Partitionen erstellen. Erstens aus einem Geschwindigkeitsaspekt bei zum Beispiel HDD Festplatten. Wenn wir dort nämlich hingehen und zum Beispiel eine Windows Partition machen und eine Spiele Partition oder eine Programme Partition erstellen, dann kann das System etwas schneller darauf zugreifen und vor allen Dingen auch wenn mal ein Teil des Systems crasht, bleibt der andere dann auch noch aktiv und kann dann genutzt werden. Also ihr seht, da gibt es schon viele Vorteile, warum man auf Partition zurückgreifen sollte. Außerdem, man muss es ja. Nur das wird natürlich automatisch im Hintergrund gelöst. Mit dem Minitur Partition Wizard Pro können wir darauf aber tiefer eindringen und auch dazugreifen. Das heißt, wir haben hier unten jetzt die einzelnen Datenträger nochmal genau aufgelistet, was wir alles am Start haben. Wir haben Datenträger 1, der ist FAT32 formatiert und NTFS. NTFS ist ein anderes Format wie FAT32. FAT32 ist ein schon sehr lange auf dem Markt befindendes Dateiformat und NTFS ist sozusagen gerade State of the Art. So, hier seht ihr es also schematisch dargestellt. Hier oben seht ihr es schriftlich dargestellt. Wir gehen jetzt mal auf unseren Datenträger 3 runter. Das ist jetzt der, den ich herangezogen habe als Demonstrationszweck. Was können wir jetzt mit dem Partition Wizard Pro hier machen? Wir haben hier die Möglichkeit einen Assistent zum Migrieren von Operations System auf SSD oder HDs zu machen. Was ist das? Das bedeutet, wir können mit diesem Assistent hingehen. Als Beispiel jetzt könnte ich meine bootfähige Windows-Partition, sprich C, migrieren auf unseren Datenträger 3 als Beispiel. Okay? Das bedeutet, wir könnten eine Kopie, eine 100%ige Kopie eines bootfähigen Mediums auch auf einen anderen Datenträger übertragen. Das ist zum Beispiel sehr sinnvoll als Backup-Lösung natürlich, weil dann ist das ein Systemabbild von gerade, von in dem Moment, zack. Und dann nimmt euch das Mini-Tool Partition Wizard sehr gut an die Hand. Wenn wir da drauf gehen, heißt es hier, auch auf deutscher Sprache, wie ihr sehen könnt, können wir Folgendes durchführen. Ich möchte meine Systemplatte durch eine andere Festplatte ersetzen. Das heißt also, Mini-Tool Partition Wizard wird alle Partitionen auf dem Systemlaufwerk zu einer anderen Festplatte kopieren. Oder wir möchten mein Operation System, also das Betriebssystem, auf eine andere Festplatte verschieben und die ursprüngliche Festplatte aber behalten. Mini-Tool Partition Wizard wird nur die vom System benötigten Partitionen kopieren. Das heißt, das hier könnt ihr dort schon sehr nice und relativ einfach vorwählen. Und dann wählt ihr aus, das Operation System wird auf den angegebenen Zieldatenträgen migriert. Das heißt, hier würden wir jetzt die Nummer 3 auswählen, weil das ist bei mir jetzt dann das USB-Laufwerk etc., wo wir es halt drauf migrieren wollen. Und dann würden wir auf Weiter gehen und dann werden natürlich alle Daten auf dem Datenträger 3 zerstört. Also das muss euch klar sein, vorher solltet ihr ein Backup davon haben oder halt diesen Datenträger dafür gekauft haben. Nachdem ich jetzt aber auf Ja gesetzt hätte, würden jetzt sozusagen, oder das wäre dann so, würde mein Operation System, also mein Betriebssystem, komplett auf die angegebene Datenträger 3 kopiert werden und ist dann da für Notfall oder für wenn wir zum Beispiel die Festplatten wechseln. Dann können wir einzelne Partitionen kopieren. Das heißt, hier können wir dann einzelne Partitionen nehmen, die wir jetzt hier aufgelistet haben. Wir könnten jetzt zum Beispiel diese kleine hier nehmen und diese dann woanders hin kopieren. Okay? Das heißt, wir könnten dann auf Datenträger 3 als Beispiel auswählen und hier dann das hier zum Beispiel hinzufügen. Also als die, dann wird eine ganze Partition, nehmen wir wieder das Beispiel, eine Partition, die zum Beispiel Apps beinhalten. Oder, nee, es ist vielleicht blöd, die ist nämlich integriert auch natürlich in unser Windows System. Das heißt, da könnte es dann zu Lizenzproblemen kommen. Sprich, wenn ihr dann die Apps wieder startet. Aber es ist trotzdem lösbar danach. Aber gehen wir einfacher vor, wenn wir zum Beispiel eine Partition haben, voll mit Videos, Medien, Pictures, also Medien einfach. Und die würden wir dann dahin kopieren. Da braucht ihr nicht jedes Ding einzeln anwählen, sondern könnt die ganze Partition rüberschieben und dann ist die 1 zu 1 kopiert worden. Dann Assistenz zum Kopieren des Datenträgers. Das heißt, hier gehen wir wieder genauso vor. Einen Datenträger können wir dann zum Kopieren auswählen. Wir würden jetzt gerne Datenträger 1 einfach komplett kopieren. Das heißt also auch mit den Sicherungs-Backup-Partitionen, mit dem EFI-System etc. in meinem Fall. Das könnten wir auch komplett dann einfach so 1 zu 1 kopieren auf ein anderes Festplättchen. Okay. Weil hier oben Migrieren Operations System. Das heißt, dort wird nur das Betriebssystem übertragen oder die halt die Betriebssystem-Partition. Kopieren der Partition können wir dann genau auswählen, welche Partition wir kopieren wollen. Und Assistenz zum Kopieren des Datenträgers heißt der ganze Datenträger. Dann nach, wenn wir mal was gelöscht haben sollten, ein Datenträger, dann können wir das mit dem Assistenzen-Wiederherstellen des Partitionsfreundes wiederherstellen kriegen. Das heißt, er sucht uns bei einem gelöschten Partition sogar oder gibt uns die Möglichkeit, diese Partition dann wiederherzustellen. Sehr sinnvolles Teil, finde ich. Wir können hier die Sektor-Bereiche dann sehen, welches Dinge dann hergestellt werden. Also eine volle Datenträger, nicht gezuggeordneter Speicherplatz oder angegebene Bereiche. Dazu auch noch ein bisschen was. Voller Datenträger bedeutet, wir haben das ganze Ding zum Beispiel gelöscht aus Versehen. Und dann wird er den ganzen Datenträger scannen und uns die Daten, die noch da sind, dann wiederherstellen. Warum ist das möglich? Weil wenn ihr normal über ein Betriebssystem Daten löscht, dann sind die nicht weg. Die sind nur nicht erstmal sichtbar. Die werden erst nach und nach überschrieben mit neuen Daten. Wenn ihr aber gemerkt habt, oh Mist, ich habe was gelöscht, das gar nicht weg sein sollte, dann können wir es hier drüber wiederherstellen. Und dann ist es am sinnvollsten, nicht zugeordneter Speicherplatz zu nutzen. Okay, das heißt also, der guckt dann zuerst in den freien Speicherplatz, ob wir es dort haben, was wir wollen. Oder wir wissen es eventuell, dass es dann für die ganzen Cracks da draußen die LBA angeben und dann können wir das darüber wiederherstellen. Sehr finde ich interessant. Also, hier sind alle Tools einfach aufgelistet, die wir nutzen können. Datenträger konvertieren, Datenträger kopieren, MBR zu GBT konvertieren, Datenträger bereinigen. Das ist ein Tool, um dort einen Datensektor oder den ganzen Datenträger zu entfernen. Da kommen wir wieder zurück zu der Erklärung gerade, bei einem normalen Löschen werden die Daten nicht gelöscht, sondern im Nachhinein überschrieben durch neue Daten, die wieder hinzugekommen werden, sollten tun. Weil ihr ja einfach weiter arbeitet mit dem System. Wenn ihr das aber jetzt zum Beispiel verschenken, verkaufen oder außer Betrieb nehmen wollt, dann ist es sinnvoll, die Sektoren auf dem Datenträger mit Nullen auszufüllen oder mit Einsen auszufüllen. Binär, Eins und Nullen stehen ja da drauf. Wenn wir aber jetzt alles mit Nullen ausfüllen oder alles nur mit Einsen ausfüllen, dann bräuchte der Mensch oder die Maschine, die das wiederherstellen möchte, viel mehr Aufwand, um das wieder hinzukriegen. Null und Einsam ist langsamer, aber dann gibt es noch die Möglichkeit, das dreimal oder siebenmal durchzuführen. Und dann ist das so chaotisch auf dem Datenträger, was ihr aber nicht seht, sondern der, der es herstellen möchte. Und dann ist es so gut wie unmöglich, dass die Daten wiederhergestellt werden. Das heißt also, Minitur Partition Wither Pro kann nicht nur unsere ganzen Partitionen managen, ganzen Partitionen kopieren und sie kann auch wiederherstellen. Er kann sogar auch uns dabei helfen, Bereinigungen durchzuführen. Sprich, dass keiner mehr Wiederzug auf die Daten bekommt. Und alle Partitionen löschen. Damit können wir dann alle ausgewählten Partitionen komplett vernichten. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und uns hier dann im Kontext, wie ihr seht, wenn ich jetzt die unterschiedlichen Partitionen erwähle, gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, hier etwas daraus zu machen. Das heißt, im Kontext ändert sich hier die linke Seite auch noch, die wir dann nutzen können. Und hier oben Daten wiederherstellen, Partitionen wiederherstellen, Benchmark für Datenträger, Speicheranalysator. Gibt es noch Hotkeys zu den vier großen Tools, die in dem Minitur Potition Wizard noch aufgeschlüsselt sind. Rechts seht ihr noch eine bootfähiges Medienherstellen, was dann als bootfähiges Medium von unserem Betriebssystem, welches aber da drauf sein sollte, bootfähiges Medium, dann von unserem BIOS gelesen werden kann und dann dargestellt wird. Dann haben wir noch ein Handbuch in der Software mit dabei. Also ihr seht, das Ding ist relativ simpel aufgestellt für Leute, die etwas tiefer zum Beispiel ihre Daten retten wollen, weil wir können die Partition wiederherstellen, die Daten vernichten wollen, weil wir können die Daten auch wirklich unleserlich machen und oder einfach einen Festplattenwechsel durchführen wollen. Dafür gibt es die Möglichkeit, oder einzelne Partitionen zu verwalten. Was wir dann ganz schnell und einfach hier hinbekommen. So, gehen wir auf Datenträger mal Nummer drei am Start. Gehen wir auf Partition D und jetzt können wir hier auch mit Rechtsblick arbeiten. Können wir zum Beispiel Daten wiederherstellen, formatieren, löschen. Formatieren bedeutet, dass wir dort dann die Partitionsbezeichnung vergeben können, zum Beispiel Test. Dann können wir hier auswählen, in welches Dateisystem es formatiert werden soll, NTFS. Clustergrößen können wir sogar noch angeben, Standard. Und dann wird hier diese Möglichkeit durchgeführt. Aber Mini-Tool Partition Measured Wizard Pro kann nämlich aber auch das rückgängig machen. Okay? Er kann also auch mehrere Jobs zum Beispiel hier durchführen lassen, im Kö, und dies dann durchführen. Okay? Wenn wir das rückgängig machen wollen, können wir das jederzeit wieder rückgängig machen, zumindest bevor wir es richtig durchgeführt haben. Also es ist ein sehr sicheres Tool auch, was euch nicht jetzt schnell zum Beispiel zu großen Fehlern hinreißt. Es wird auch immer noch mal vorher gewarnt, das und dies passiert dann, damit euch nicht zu viel dann passiert. Und eure Daten sind dann Futschikowski. Wir können Partitionen verschieben, Größe ändern. Das könnten wir jetzt zum Beispiel machen, hier wie ihr seht. Wir sind nämlich jetzt hier in der Lage, auf dem Datenträger die Größe zu verändern. Nicht zugleich einen Speicherplatz, Partitionsgröße zu verändern. Diese zum Beispiel dann in MB oder Gigabyte anzupassen. So können wir dann dort zum Beispiel die Größen verändern unserer Partition. Ihr seht also, die Partitionsgröße hier liegt bei 238. Machen wir mal eine 100 daraus. So, und jetzt hätten wir hier die Partitionsgröße auf 100 deklariert nur. Das heißt, man könnte dann aber nur bis 100 gehen. Danach würde es dann abgeriegelt werden. Oder wir erstellen natürlich mehrere Partitionen. Wir können sie aufteilen zum Beispiel. Wir können sie hier aufteilen, wir können sie zusammenfügen. Auch mit der Bewegungsmöglichkeit, wie ihr hier seht. Das ist sehr einfach aufgemeldet. Wie ihr seht hier, zack, können wir einfach verändern. Und damit haben wir eine neue Partitionsaufteilung hier fabriziert. Die wird jetzt mit D dann erkannt von Windows. Und mit E. Und auf E sind 110 Gigabyte. Auf D sind dann 128 Gigabyte. Was wir aber natürlich auch machen können ist, dies dann auch noch im Nachhinein dann aufzuteilen, zu erweitern, zusammenzuführen. Hier zusammenzuführen zum Beispiel noch. Hier können wir sie wieder zusammenführen von Datenträger 3. Können wir dann die Möglichkeit des Zusammenführens etc. wieder durchführen. Ihr merkt also ein sehr großes Tool, was sehr professionellen Inhalt auch uns rüberbringt. Aber das mit einem Wizard. Und ein Wizard wird im Computer Business immer so bezeichnet. Das ist dann eine geführte Installation, eine geführte Ausführung der einzelnen Schritte. Und das relativ simpel, aber effizient. Weil es ist sinnvoll, mehrere Partitionen zu haben. Aus Sicherheitsfeatures. Aus Geschwindigkeitsfeature. Aus organisatorischer Sicht. Und vor allen Dingen, wenn ihr neue HDDs, neue SSDs holt, dann könnt ihr ganz einfach mit dem Mini-Tour-Partition Wizard dann diese Daten erstmal zwischenspeichern. oder sogar dadurch ein komplettes Backup von der 1&1 Abbild der momentanen Datenträgerlandschaft zu gewinnen. Also das Mini-Tool Partition Wizard hier ist ein umfassender Partitionsmanager, der unseren PC in dessen bestem Zustand bleiben lässt. oder ihn sogar verbessert. Mini-Tool-Partition Wizard ist benutzerfreundlich und funktionsreich. Partitionieren, optimieren und verwalten von unseren Computern zum Beispiel. Außerdem sowohl Festplatten als auch SSDs von ihm unterstützt. Und wie ihr seht auch entfernbare Datenträger. Beispielsweise können wir OS auf SSD oder HD migrieren, Datenträger kopieren oder die Partitionsgröße ändern. Noch wichtiger ist, dass sogar auch Anfänger eine einfache und problemlose Ausführung dieser Software hinbekommen können. Es gibt es in verschiedenen Größen. Sprich, ihr habt die Möglichkeit die Pro-Version zu nehmen. Das heißt, ihr kriegt eine Lizenz über ein Jahr. Es unterstützt aber nicht dann die Datenwiederherstellung oder die Partitionsherstellung. Ihr könnt aber auch auf die Pro-Plating gehen. Da ist dann die Unterstützung der Datenwiederherstellung und Partitions-Wiederherstellung mit integriert. Oder ihr geht hier auf die Pro-Ultimate TIFF. Das ist dann die, die ich euch jetzt gerade vorgeführt habe. Das heißt, ihr habt eine Lizenz und könnt es auf 5 PCs dann sogar nutzen. Unterstützt aber alle Features. Und wir haben eine lebenslange kostenlosen Upgrade. Das ist Mini-Tool Partition Wizard Pro-Ultimate TIFF. oder ein bisschen abgespeckt, wie ich gerade erklärt habe. Auch das Pro-Plating oder das Pro sind dort natürlich auch sehr leistungsfähige Tools, weil es ja auf dem gleichen Tool aufbaut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!